Gute Neuigkeiten für alle Star Wars Fans! Dieses Jahr kommt nicht nur der neue Star Wars Film raus, sondern auch neue Star Wars Spielzeug. Ich stehe hier am Stand von Sphero auf der IFA 2017. Und das ist der BB9E, ein Fernsteuerbarer Roboter, Spielzeugroboter quasi, den ihr per App steuern könnt. Genau, und hier seht ihr gerade, wie er sich fortbewegt. Die Kugel bewegt sich und der Kopf bleibt sozusagen starr. Ja, genau, ihr könnt den Roboter auch programmieren, ähnlich wie diesen Sphero Spark, die Spark-Kugel. Und genau, das ist eigentlich echt eine süße, coole Sache. Es ist sehr klein, wie ihr seht, gerade mal 7 cm hoch und auch sehr leicht. Genau, und ab sofort, also seit gestern sogar schon, seit dem Force Friday, gibt es den BB9E für 169 Euro. Ja, und das war das Spielzeug. Und als zweites hat Sphero noch einen R2D-Zo-Spielzeugroboter mitgebracht. Der bewegt sich ein bisschen anders vor. Der kann hier mit seinen Füßen sozusagen rumfahren. Und der lässt sich ebenfalls per App steuern. Und verbunden ist er per Bluetooth mit eurem Smartphone. Außerdem hat er noch integrierte Lautsprecher, damit er so die authentischen Pieptöne von sich geben kann. Diesen gibt es auch ab sofort für 199 Euro in Deutschland.